Wir haben dazu jetzt nur zwei Gäste, die ich ganz herzlich hier begrüßen möchte. Der dritte Gast bzw. die dritte Gästin, Frau Fahle, sehr schade, vom Mieterschutzverein muss wegen eines familiären Todesfalls, das dürfen wir auch sagen, leider absagen. Aber wir haben zwei weitere kompetente Gesprächspartner, das ist zunächst einmal Tobias Viehoff, Sprecher der Initiative Starke Innenstadt und Geschäftsführer der Karl-Fiehoff GmbH und Jens Schneiderheinze, er ist Eigentümer und Betreiber des Cinema und hat auch seine Finger im Café nebenan und im Viertelsfest an der Warendorfer Straße mit drin. Kommen Sie doch bitte beide nach oben. Da ist wunderbar, hier gerne links, Viehoff bitte, direkt in die Mitte. So, Herr Viehoff, die Münsteraner Altstadt, hat die das Potenzial, sich bis 2030 weiterzuentwickeln oder ist die eingefroren, so wie ein Abziehbild ihrer selbst? Man hat manchmal das Gefühl, wenn man so aus Bochum kommt, das ist ja noch eine etwas andere Stadt als Münster, hier sei alles sozusagen mit dem Pinsel gestrichen und ist das die Zukunft der Altstadt und die Zukunft der Innenstadt genauso weiterzumachen? Worüber diskutieren Sie da gerade? Also ich glaube, man muss sich ja die Stadt mal anschauen und wenn man jetzt 15 Jahre zurückschaut, was da alles nicht da war und wir hätten jetzt mal so einen kleinen Film im Zeitraffer, dann würden wir ganz deutlich sehen und ich glaube, hier sind bestimmt einige, die würden ganz viel vermissen oder sagen, was da weg ist oder was neu dazugekommen ist und die Stadt, finde ich, atmet die Innenstadt. Jetzt mag der Prinzipalmarkt den Eindruck verleihen, das ist alles in Stein gemeißelt und fest, aber hinter den Fassaden und auch in den anderen Straßen passiert doch ganz viel und wenn ich das jetzt mal so sehe, dann finde ich, ist die Stadt unheimlich lebendig im Sinne von atmend auch. Also wenn ich jetzt mal, wir haben gerade darüber gesprochen, mein Ausstieg aus der Stadt ist oft über die Hörsterstraße und wenn ich jetzt mal das Martini-Viertel sehe, was sich da so in den letzten Jahren getan hat, dann atmet die Stadt, erweitert sich da in Teilen und das ist eigentlich total spannend und das würden wir natürlich gerne ganz lebendig halten. Auch mitgestalten. Ganz klar. Okay, das heißt nicht, der Begriff Puppenstube ist für Sie auf jeden Fall nicht tauglich für die Altstadt und die innerste Stadt oder doch? Also ich glaube, dass jeder so Räume liebt, die so was Heimeliges haben und so schön sind und die einen auch erinnern an irgendwas, aber wenn dem die Lebendigkeit fehlt, dann ist das so ein bisschen Mühlenhof und ich glaube, dass unsere Stadt ist ja schon ziemlich perfekt und alle sagen das so und ich glaube, dass wir in Zukunft dafür auch viel tun müssen, dass das für die jungen Menschen attraktiv bleibt und dass das nicht nur ein Schauraum ist, sondern dass das ein lebendiger Raum ist, in dem ganz viel geht. Weil ich finde ja, um uns herum sterben so viele Städte, also ich sage jetzt mal, da findet kein Handel mehr statt und wo waren die Menschen früher? Das waren Kirchen oder Handelskreuzungen und heute ist die Stadt so lebendig, weil der Handel so lebendig ist, aber wir wissen ja im Zuge der Digitalisierung, verändert sich Handel massiv, wir wissen nicht genau wie, aber er wird sich verändern. Ich glaube, man darf auch nicht den Gedanken haben, das geht wieder weg und das bleibt hier alles so. Also vor dem Hintergrund ist ja die Frage, wie machen wir Stadt dann lebendig und was wollen die Leute in der Stadt erleben, damit sie sich treffen können und ich glaube, das ist spannend. Wenn Sie mit Ihren Handelskollegen da beraten, das tun Sie ja relativ häufig, Sie treffen sich, Sie beraten über, was soll sich verändern, was kann die Stadt tun, was können Sie für die Stadt tun und dieses Thema Digitalisierung, wir wollen es auch nicht überbewerten, aber es scheint doch für den Handel durchschlagende Wirkungen zu haben, behaupten zumindest die Experten. Der Handel verschwende ins Internet und wir würden demnächst nur noch Paketboxen sehen, die durch die Stadt reisen, aber keine Händler mehr. Ist das eine Dystopie oder ist es ein Stück weit auch etwas, worüber Sie diskutieren? Es macht es ja immer schön einfach, in den Extremen zu reden und ich glaube, man muss dann genau hingucken und ich konnte jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen, dass wir Menschen haben, die freuen sich zu uns in den Laden zu kommen und die haben eine Verkäuferin, die sagt ihr ehrlich, dass sie in der Hose schlecht aussieht und dass sie doch lieber was anderes kaufen will und die freut sich, wenn sie die gleiche wieder sieht und die erlebt bei uns eine andere Persönlichkeit und ich glaube, ich gehe ja in die Stadt, nicht um einen Bedarf zu decken. Also ich möchte vielleicht jetzt schon nicht mehr losgehen, um meine normalen Dinge im Alltag zu kaufen, weil mich das Zeit kostet und ich keinen Spaß daran habe, aber das, was der Handel in der Stadt ja abdecken muss, ist dieses Erleben und ich möchte was Besonderes sehen und ich möchte Menschen treffen und ich möchte das zusammen zu einem besonderen Erlebnis machen, nämlich die Kultur und vielleicht auf dem Asien noch mit dem Boot fahren, dann gehe ich noch nachher essen und am Ende ist das so ein Gesamterlebnis Freizeit. Okay, jetzt haben Sie selber die Altstadt schon ausgeweitet an den Ahrsee und an die Ränder. Ich gebe jetzt mal weiter an Jens Schneiderheinze, hast du ein Mikrofon, wunderbar. Du sitzt ja nun an der Warendorfer Straße mit dem Cinema, mit dem Kaffee nebenan und das fühlt sich ganz anders an als die Altstadt. Gehört das zur Innenstadt dazu und ist es wichtig, das zusammenzudenken? Ja, ich finde ja, also aus mehreren Gründen. Zum einen glaube ich, dass wir ein sehr ähnliches Thema in so einem größeren Umfeld haben, wenn es, sage ich mal, um die Viertel geht, die innenstädtisch sind. Das ist das Thema Verkehr. Das halte ich für das größte Thema zukünftig, auch was die Innenstadt angeht. Und das andere, das fand ich ganz spannend, was du sagtest, dass sozusagen, also dieses Erlebnis, weil das, so denken wir Kino ja auch, weil das Kino ist ja auch schon oft totgesagt worden, ist auch so diese Dystopie, die Leute sitzen alle zu Hause, gucken sich nur noch irgendwelche Filme auf dem Handy oder sonst wo an. Und auch da gehen wir eigentlich hin und sagen, was ist sozusagen der Kern dieses Ortes Kino? Und das würde ich in der Hinsicht auf die Stadt, nicht auf den einzelnen Laden, sondern auf die Innenstadt und die Innenstadtviertel beziehen. Da geht es um Begegnung. Es geht um Erlebnis, aber meiner Meinung nach nicht um Erlebnis im Sinne von Events. Also ich bin persönlich jetzt auch nicht unbedingt so ein Freund davon, weil ich das nicht nachhaltig finde. Sondern es geht um Bindung. Es geht um soziale Kontakte, um Begegnung, darum, dass ich Menschen treffe, die Menschen sind, und die mir dann eben sagen, deine Hose sieht aber scheiße aus irgendwie, nimm mal eine andere oder so und eine Reflexion habe. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und das ist dann, glaube ich, egal, ob sich das um Handel oder Gastronomie oder Kino, Kultur, das Theater handelt. Und ich glaube, das ist mein Empfinden, da fehlt der Innenstadt, fehlen die Räume. Also ich habe mal, auch in Vorbereitung bewusst, in Vorbereitung von unserem Treffen, bin ich mal so durch die Innenstadt gegangen und habe gedacht, wo kann ich hier ohne zu konsumieren mich hinsetzen? Einfach nur hinsetzen, gucken, flanieren, da gibt es kaum Räume für. Das ist so ein Beispiel, finde ich. Also ich finde, das sind für mich so Themen, wie sich die Innenstadt auch als Begegnungsort, und da gehört so ein Theater zu. Bleiben wir mal dabei, wie können wir die Innenstadt als Begegnungsort stärken, in der nicht nur die Begegnung mit der Verkäuferin im Vordergrund steht, sondern auch mit den Mitmenschen. Herr Fierhoff, machen Sie sich da auch Gedanken zu? Ja, ich glaube, dass da ganz viel geht. Also wenn wir jetzt mal uns die Stadt angucken und fragen, wo sich die Hauptfrequenzen abspielen, dann gehen Sie doch mal an die ganz tollen Plätze, die ganz viele Menschen gar nicht kennen, die die Stadt nicht gut kennen, sondern die gehen immer so wie die Ameisen ihre gewohnten Wege. Und wir nennen das so gerne in Wertsetzung von Plätzen. Und dann lass uns da einfach was machen. Lass uns da was Neues machen. Und wenn ich natürlich mich jetzt frage, so was wollen die Menschen in 10, 20 Jahren? Das ist ja ganz schwer. Ich finde immer, wir müssen das ausprobieren. Wir müssen aus unseren gewohnten Faden raustreten und mal gucken, was geht. Also nicht alles auf dem Prinzipalmarkt, sondern gerade an den Plätzen, weil da macht es vielleicht nochmal besonders viel Spaß, die zu entdecken. Okay, das heißt, Prinzipalmarkt ist eigentlich ein Selbstläufer. Und jetzt nicht Selbstläufer muss ich weiter kümmern, aber das heißt, man sollte mal in die Nischen gehen. Ich bleibe aber nochmal, Jens Schneiderheinze, bei diesem Thema. Das war einer der Sätze, die so im Zukunftsprozess mal gefallen sind. In der Münsteraner Altstadt, Altstadt hat jetzt wohl gemerkt, möchte man nicht arm sein. Und da geht es ja auch nochmal um die Frage von Zusammenhalt. Was für Gedanken macht ihr euch dazu? Ja, das habe ich auch so als Thema im Kopf gehabt, weil ich, und das ist gar nicht böse gemeint, aber ich kenne wirklich Leute, die sagen, was soll ich in der Stadt? Das kann ich mir eh nicht leisten. Also sozusagen, die, die gar nicht das Geld haben, sag ich mal, da einzukaufen, die dann, so schlecht ich das finde, dann in irgendwelchen Billigläden irgendwas kaufen oder so. Aber ich glaube, das ist das andere Thema für mich, und das betrifft die Innenstadt, wie auch sozusagen die da rumliegenden Viertel, wie das, wo wir sind mit dem Kino, die Mischung macht es. Das war so ein bisschen Thema ja auch bei der Wissenschaftsgruppe eben. Also diese Campuslösung, diese reinen Gewerbegebiete, die reinen Wohnquartiere auch, das sind für mich, nach meinem Empfinden, tote Viertel. Das ist dann genau so eine Kneipe, die irgendwo auf dem Stauffenplatz ist, ist Gold wert oder da sind eben genau diese Durchmischung. Ich habe so gedacht, eine Idee zum Beispiel hatte ich. Wir stellen ja eigentlich fest, dass sowohl die Gastronomie aus den Vierteln verschwindet, sozusagen in die Eingangs-, in die Durchgangsstraßen, der nächste Prozess teilweise, dass sie von da aus wieder weiter verschwinden in Ausgehegten Viertel. Das heißt, die Gastronomie verschwindet aus der Fläche und das Gleiche haben wir mit kleinen Läden. Genau diese kleinen Läden, die machen doch genau im Kreuzviertel, gibt es das zum Teil noch, ich kann das nur sagen, bei uns im Viertel bis hin zum Hansa-Viertel verschwindet das zunehmend. Das heißt, sie werden umgewandelt in Wohnungen, weil sich die keiner leisten kann oder weiß nicht was, das wäre eine Frage, das zu analysieren. Aber das macht, finde ich, die Stärke von so Vierteln aus und das macht die Wohnqualität, die Lebensqualität aus. Dass ich da um die Ecke gehen kann, da ist ein Kiosk oder da ist einer der Architekt, wo ich durchs Fenster gucken kann oder Zeichner oder so. Und das, finde ich, wäre so ein Punkt, dass wir gucken, wie können wir Steuerung, weil das finde ich das A und O, wie kann die Kommune Steuerungselemente entwickeln, solche Prozesse zu verändern. Zu sagen, was wollen wir da eigentlich, wenn wir eine Durchmischung wollen, wie können wir das erreichen. Und das halte ich in der Innenstadt, ich glaube, oder das ist meine Utopie wäre, dass irgendwann nochmal mehr Leute in der Innenstadt wohnen und genau dieses, dass die Innenstadt eigentlich größer wird von der Denke. Das heißt, dass man sozusagen diesen Fokus shoppen hier, wohnen da und dann auch das Verschwinden, das hast du schön gesagt, Handels in der Fläche, versucht durch so eine wechselseitige Durchmischung irgendwie zu befördern. Ist das was für die Händler? Weil ich meine, Sie sind ja auf Zentralität angewiesen, Sie brauchen ja diese Ameisenstraße, damit Sie einen gewissen Umsatz auch machen. Aber ich glaube, die Leute wollen was entdecken. Also zu so einer Handelsstadt, um das jetzt mal auf den Handel zu fokussieren, da gönnerte ich die großen Geschäfte und die großen Filialisten, damit ich eine Orientierung habe, kriege ich das, was ich brauche oder was ich will. Aber jeder will was überrascht werden. Also ich nenne das immer so die Unerwartbarkeit. Ich möchte das finden, was ich noch nicht wusste. Und dafür braucht es die Seitenstraßen und dafür braucht es bezahlbare B-Lagen oder C-Lagen. Dazu müssen wir aber Wegebeziehungen schaffen, die erkennbar sind und so darüber nachzudenken. Und ich glaube, also wenn sich Handel verändert und wenn man das woanders so sieht, wo es das vielleicht schon einen Schritt weiter ist, dann kann man vielleicht sagen, dadurch mischt sich ja vielleicht auch mehr. Und dieses Innenstadterlebnis, da wird Kaufen nicht die einzig dominante Rolle spielen, sondern da wird es vieles miteinander geben. Und das finde ich eigentlich spannend. Also ich habe jetzt neulich mal so gesagt, wie wäre das, wenn wir in der Dominikanerkirche, vielleicht ja nur ein oder zweimal im Jahr bei diesem tollen Kunstwerk, so einen Yoga-Workshop machen morgens um sieben oder in der Halle des LWL-Museums sowas. Also einfach zu sagen, was interessiert die Leute jetzt eigentlich? Wie können wir die Lebendigkeit, das Leben, das Pulsieren auch außerhalb des Kaufens in der Stadt kreieren? Und die Leute, denen nochmal sagen, hier in der Stadt geht was anderes, guckt nochmal neu hin und nicht sagen, Prinzipalmarkt ist nicht meine Preiskategorie, gehe ich gar nicht hin. Okay. Trotzdem nochmal das Nachhaken zum Thema Wohnen. Frau Fahl ist jetzt heute leider nicht da, aber ich glaube, wir sollten da nochmal einen Moment drin auch verharren. Und aus zwei Gründen, einmal braucht es überall Wohnungen und zum anderen profitiert ja vielleicht die Altstadt und die innere Stadt auch von einem gestärkten Wohnsegment, sage ich mal, weil das ja auch zu anderen Tageszeiten dann Leben bedeutet. Wenn ich da gleich rein darf, dann würde ich sagen, wir würden uns heute die Kinos alle wieder in die Stadt wünschen. Wir würden uns auch die großen Banken und Versicherungen wieder in die Stadt wünschen, dass die Leute ihre Mittagszeit nämlich in der Stadt verbringen und nicht draußen in irgendeinem Arbeitsgebiet sitzen, wo dann so ein Truck kommt, der irgendwie geschmierte Brötchen verkauft. Und ich glaube, diese Form von Lebendigkeit, nicht, dass die was kaufen, aber dass ich spüre, dass diese Stadt pulsiert und dass die Leute nicht irgendwo draußen sitzen. Das wäre was, wo ich fände, wir sollten nach vorne gucken, was da geht jetzt in Zukunft, was wir da verändern können, um diesen Alltag in der Innenstadt wieder toll zu machen. Und ich sage jetzt mal so ein Beispiel, sieht man gerade in Amerika, in Manhattan gibt es von WeWork, das ist so ein Coworking Space, da gibt es in Manhattan, ich glaube, 65 Stück jetzt innerhalb anderthalb Jahren und die Leute wollen nämlich oft gar nicht allein zu Hause sitzen an ihrem Schreibtisch, die freuen, wenn diese Leute treffen und mal einen Kaffee trinken können und vielleicht müssen wir darüber nachdenken, wo solche Plätze sind, wo ich mich einmieten kann, wo ich Leute treffe, mit denen ich mich austauschen kann. Und das, glaube ich, es wird Lebensformen geben und gibt es jetzt schon für den, den wir Raum einräumen. Aber da sind wir nochmal beim Thema, glaube ich, auch Kultur durchaus. Und da hat Herr Lewe ja vorhin auch die Bibliotheken angesprochen, auch eines meiner Leib- und Magenthemen, die Bibliothek als dritter Ort, als Ort, wo man nicht konsumieren muss und trotzdem sein darf. Was hältst du von der Idee, Jens, so auch die anderen womöglich dritte Orte zu öffnen? Man muss ja nicht unbedingt Yoga machen, also ich jedenfalls nicht, aber man kann ja auch andere Dinge tun. Wäre das vielleicht eine Strategie, wo Münster vielleicht auch mal punkten könnte und sagen könnte, Münster verhält sich anders als andere Städte? Ich glaube das schon. Also ich weiß gar nicht, ob sich Münster anders verhalten sollte. Ich glaube, alle Städte sollten sich anders verhalten, da habe ich den Eindruck. Ich finde, wir sind ja heute in so einer Lage, in der wir früher nicht waren. Also früher wurde gesagt, was brauchen wir und wie machen wir das? Und heute haben wir eigentlich eine Dimension da drin, die wir früher nicht hatten. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir uns auch überlegen, wie sieht es eben 2050 aus? Da ist das Thema Nachhaltigkeit, globale Erwärmung und, und, und. Das heißt, wie gestalte ich meine Stadt und das Leben, unser Leben letztendlich eigentlich? Und das ist ja das, was du auch angesprochen hast, dieses zerrupfte Leben in verschiedene Räume. Da sind wir wieder bei dieser räumlichen Bezüglichkeit. Wie kommen wir wieder dahin, dass das mehr eine Einheit wird? Ich glaube, das kann ich nur von mir sagen oder von vielen, von denen ich das mitkriege, dass dieses Bedürfnis schon recht groß ist. Und das ist ja auch das, wo die Viertel sehr stark sind, eben genau diese Bezüglichkeiten herzustellen. Oder das ist ja auch das, was wir beim Cinema versuchen mit diesem Nebenan- oder dem Viertelfest, dass wir versuchen, die Leute, die da leben, zueinander zu bringen. Wir sagen immer, das Dorf in die Stadt holen. Und das ist eigentlich in Münster ja leicht, das Dorf in die Stadt holen. Das muss man gar nicht mehr viel holen. Nee, genau. Aber haben wir ja auch diese Land. Okay, aber ich versuche nochmal zusammenzufassen, vielleicht auch zum Schluss zu kommen bei unserem kleinen Intermezzo hier. Ich habe jetzt eine Herausforderung gehört, einmal der Verkehr oder Mobilität im eigentlichen Sinne. Da würde mich schon nochmal interessieren, auch von Ihnen, es geht es dann nur um Erreichbarkeit oder geht es auch um Mobilitätsvermeidung. Dann das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel in der Innenstadt. Erwärmung ist natürlich nochmal ein Thema. Ich habe aus dem Publikum zugerufen bekommen, das fand ich auch nochmal wirklich interessant, die Frage auch gerade für die Innenstadtlagen, also wenn man jetzt mal die innere Stadt nimmt und nicht nur Prinzipalmarkt, das Thema Älterwerden in der inneren Stadt. Ist das ein Thema, was Sie auch diskutieren? Und habe ich jetzt noch Themen vergessen, die man sozusagen auf die Agenda setzen sollte? Also die Digitalität, also die Digitalisierung, die klingt ja immer so technisch. Ich würde das mal aus unserer Sicht nennen, so leicht zu erleben oder easy to shop. Also das sind eigentlich nur, ist das eine Technik, die uns das Erleben leichter machen soll. Dafür muss sie dienen. Und da glaube ich, gibt es ganz viele Ansätze, die das leichter macht. Also wenn wir da drauf gehen. Bei der Mobilität muss ich sagen, da bin ich ja immer noch wieder erschrocken. Wir Münsteraner, wir merken das dann ja fast gar nicht, wie katastrophal die Erreichbarkeit der Stadt ist. Wenn man das mal zu den Rushhour-Zeiten sieht oder auch mal Leute, wenn ich unsere Mitarbeiter sehe, wie schlecht die nach Hause kommen und wie löchrig eigentlich so ein Bus- und Bahnverkehr ist. Ich glaube, wenn wir so Hauptstadt des Münsterlandes sein wollen und das ernst meinen mit dem, was um uns herum passiert, dann würde ich mir wünschen, wir tun da ganz viel für. Dann, damit nämlich das Wohnen in Havixbeck und Nienberge oder wo, wo dann kein Handel mehr ist, wo ich dann wirklich dann Innenstadt auch erleben kann und das auch erreichen kann, ohne dass ich mit dem Individualauto bis auf den Prinzipalmarkt fahre. Und da Innenstadtmobilität, ich glaube, das wird ein spannendes Ringen um Lösungen. Die Leute müssen mit dem Auto bis in die Stadt kommen. Und ich sage mal, wir haben von der Initiative Starke Innenstadt gerade ein Beispiel vorgemacht. Am Coesfelder Kreuz haben wir das tolle neue Uniparkhaus aktivieren können mithilfe der Universität und haben das offen gemacht und das wurde sofort angenommen. Und das zeigt, dass die Zeiten sich ändern. Früher hat man P&R verteuft und hat gesagt, das mache ich nicht, ich war dahin. Und jetzt geht das auf einmal. Und ich glaube, diesen Mut zu haben, jetzt mal neu auszuprobieren, was geht jetzt, um es den Leuten einfacher zu machen, ihre Wege zu gehen. Okay, Jens, habe ich noch was vergessen bei den Themen? Ich würde zum Verkehr ergänzen. Ich bin mir sicher, wir werden, also wenn ich jetzt so normales Alter erreiche, werde ich das noch erleben, dass der gesamte Innenstadtring Verkehr autofrei wird, Individualverkehr autofrei wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, diese Erreichbarkeit. Also, weil wir kommen da gar nicht drum rum. Wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir keine Alternative. Auch die Vierte ersticken ja im Verkehr und alles wird zugepflastert mit Autos und da nehmen wir uns so viel Lebensqualität eigentlich. Und ich glaube, diese Prozesse sind, würde ich jetzt so den Applaus auch deuten, diese Prozesse sind ja im Gang bei uns allen. Also, wir entwickeln uns ja zum Glück weiter. Also, mir fällt jetzt nichts ein, aber ich glaube, die Stadt muss stärker steuern in so eine Richtung, weil ohne diese Steuerungselemente, das ging auch um sozusagen, wie heißt das, Liegenschaftspolitik, Management. Sonst kriegen wir, weil wir haben einfach das Problem und da leiden ja letztendlich die kleinen Händler in der Stadt auch drunter, dass wir leben in einem kapitalistischen System und das erleben wir massiv, dass die Kleinen eigentlich hinten rüberfallen, wenn wir da nicht was machen. Okay, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich glaube, das waren die wichtigsten Themen, die es für die innere Stadt und für die Innenstadt erst mal zu besprechen gibt. Und ich rede noch mal mit der Stadt darüber. Danke. 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 Danke.